Ask Us Anything, eure Fragen beantwortet hier im Podcast. Wie finden die Leute denn ihren Weg von ihrer Frage in den Podcast? Ihr schaut in den Show Notes oder in der Videobeschreibung und schaut dort nach, nach dem Link über Discord, zu Discord, zu unserem Discord. Dort findet ihr, wenn ihr noch nicht auf dem Discord wart, werdet ihr dann rumgeführt von unserem Bot, der euch so zeigt, weil es so abgeht, wie die Regeln sind, wo ihr die verschiedenen Formate findet und so weiter und so fort. Und dort findet ihr unter anderem auch den Bereich Ask Us Anything. Dort könnt ihr eine Frage stellen an uns. Ja, genau. Und so hat es zum Beispiel Kenji getan. Der stellt die Frage, wie stellt ihr euch den idealen LGS vor, Local Game Store, wenn ihr selbst einen eröffnen könntet? Also quasi, welche Features müsst ihr in LGS haben, damit wir den als ideal bezeichnen würden? Ich meine, du hast ja oder du arbeitest ja auch immer noch in einem Local Game Store, zumindest so teilweise als Judge. Was sind denn so Sachen, wo du sagst, hey, das muss in einem LGS sein? Und wenn du eins konzeptionieren wollen würdest, was wäre so deine ideale Vorstellung von einem Local Game Store? Der Local Game Store sollte aufgeräumt sein. Ich bin ein großer Fan davon, wenn nicht überall Kram rumliegt, wenn nicht irgendwo die alten Sachen in der Ecke rumliegen. Wenn es jetzt pur um einen Store geht, der nur Karten ankauft, also wenn wir jetzt nur von einem Karten-Store-Spiel reden. Ich bin ja auch viel unterwegs, zum Beispiel auch bei Stores, die irgendwie einen Crossover haben mit einem Brettspielladen oder einem Tabletop-Laden oder so. Wenn ich jetzt wirklich nur auf ein Karten-Spieladen gehe, dann sollte es ein Event-Store sein. Ein Event-Store bedeutet, er hat nicht viel Ware ausliegen, vielleicht alte Pappschachteln, die irgendwie draußen liegen von, also nicht alt, sondern leere Pappschachteln von Sachen, die man kaufen kann. Hat dann hinten ein Lager mit möglichst irgendwie ein, zwei Mitarbeitern, die, wenn man vorne was bestellt, die Karten nach vorne reichen, dass man die kaufen kann. Ob das auf einem Panel ist oder ob es in so einem alten Ordner ist zum Durchschauen. Ich persönlich finde den Panel halt schöner, aber es gibt auch Leute, die wollen durchschauen, ist auch okay. Und ja, dementsprechend sowas in der Richtung und dann halt viel Fläche zum Zocken und dann halt jeden Tag mehrere Events gleichzeitig auch immer wieder on top sein. Promos natürlich ein großes Thema. Wenn es Local Game Stores gibt, die irgendwelche Promos haben, weil sie halt irgendwie einen Standard-Showdown angemeldet haben, dass sie das auch machen. Und auch wenn es nur fünf Leute sind, dann ziehen die das durch, dann kriegen die Leute halt die Promos und so weiter und so fort. Und das finde ich halt sehr, sehr gut, wenn sich da ein Store sich drauf konzentrieren kann, der sauber ist, aufgeräumt ist, viel Platz zum Spielen hat und eben nicht alles voll mit Regalen, Ware und Schränke vollgeräumt ist, sondern man die Sachen schön sauber bestellen kann oder eben vorher irgendwie anfragen kann und so weiter und so fort. Und solche Stores habe ich auch schon mehrfach gesehen, aber eben nicht jeder Store ist so, sondern die wenigsten. Da möchte ich einmal tatsächlich jemanden rausheben, den ich sonst selten raushebe, und zwar tatsächlich der Trader in Rehken, der einen sehr krassen Event-Store aufgezogen hat. Sehr, sehr schön tatsächlich, wie er da mit der Fläche umgeht. Das ist wirklich ein schöner Store, muss man einfach sagen. Es gibt auch andere schöne Stores, also jetzt nicht alle Bäschen, ich bin in sehr, sehr vielen Stores unterwegs gewesen in Deutschland. Auch Ultracomics, riesengroß, aufgeräumt, sauber, über fünf Etagen, mega, aber der macht halt mehr als nur Karten. Bettelbeeren, ähnliches Prinzip, auch mit Tabletop. Baby Spiele, auch ein wunderschöner Spieleladen, macht aber auch Brettspiele und so weiter. Deswegen, ich habe jetzt mal rein auf Kartenspiele runtergerechnet und ich glaube, das ist einer der Besten, wenn nicht der Beste, wenn es rein um Kartenspiele geht, von denen, die ich so kenne. Wenn ihr was anderes habt, ladet mich ein, dann gucke ich mir das auch mal an. Ja, Keep7, muss man, glaube ich, auch noch erwähnen, ist auch ein sehr schöner Laden. Also, ja, ich bin gerade am überlegen, ich glaube, was mir ... Aber es ist dasselbe Prinzip ja auch tatsächlich. Natürlich, natürlich. Aber was mir so ein bisschen fehlt, ist, klar, so ein Laden soll natürlich auch mal Austragungsort von den offiziellen Events sein, von FNM, von Preview, Pre-Release-Geschichten und so weiter und auch Commander-Nights und so was, Commander-Partys. Aber was ich geil fände, wäre, wenn so ein Laden nochmal eigene Events dann auch startet. Ja, ja, klar. Ein Ding, was ich halt immer wieder sehe, ist, wenn alte Pre-Cons, egal ob Commander oder Pioneer oder Standard, rumliegen, nimm die einfach, pack sie quasi auf den Tisch, sag, hey, reduzierter Preis, 10 Prozent oder so, und wir machen draußen ein Event. Drei Runden Chaos-Pre-Con-Battle oder so was. Ja. Und das hat halt so einen Vorteil, dass du aber auch quasi neue Leute so ein Incentive gibst, dass sie mal Pioneer oder Standard oder was auch immer gerade rumliegt, halt nur mal spielen. Was gibt's denn für Decks für Pioneer, Standard? Ich dachte, du hättest jetzt nur vom Commander-Projekt. Es gibt tatsächlich noch alte Challenger-Decks, die noch rumfliegen. Was? Challenger, was? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Kennzerei! Oder solche Sachen. Oder selbst mit Commander, dass man halt da sagt, hey, man merkt, man sitzt auf ein paar Commander-Decks irgendwie rum, dann hab irgendwie, wie du schon meinst, mit Promos oder so was bedeckt. Man kann ja auch mal irgendwie gucken, dass man, also es gibt ja so viel Werbungsmaterial wie Poster oder wie Standings, die man ja auch alle vergeben könnte, theoretisch, als Laden, wenn man sie nicht mehr braucht. Und ich glaube, da könnten ... Auf Season darf man das ja auch tatsächlich. Genau. Also ich hab zum Beispiel aus Wipper führt, da hab ich den vom intergalaktischen Handelsbosten, die haben mir das Assassin's Creed-Post dazu geschickt, nachdem das Season vorbei war. Da hab ich mich mega drüber gefreut. Genau, und ich mein, solche Dinge brauchen halt einfach Aufwand und du brauchst auch die Community, die das auch aufnimmt, aber ich glaube, dass sich das halt eben lohnen würde, wenn man kreativ mit Sachen umgeht, wo man dann auch vielleicht ein bisschen, ne, man kriegt vielleicht ein altes Commander-Deck für einen leichten Discount, vielleicht würde man's online günstiger kriegen, aber dieses Spielerlebnis, von wegen du kriegst, du kommst zusammen mit neuen Leuten, das fänd ich halt einfach stark. Und ich find's halt komisch, dass das nicht so häufig passiert, tatsächlich. Die nächste Frage kommt von JuppTheSecond, der fragt, hat Standard noch eine Zukunft oder ist Commander das einzig wahre? Ist natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich glaube, worauf der Gute hinaus möchte, ist, ja, lohnt es sich denn überhaupt, sag ich mal, in Standard von der Seite von Wizards of the Coast irgendwie noch zu gehen? Oder sagt man, okay, man baut alles auf Commander? Ich glaube, man muss eine Mischung haben. Commander ist das, die Zukunft von Magic. Das hab ich in mehreren Blackie Talks, die ich bei mir auf dem Channel mache, auch schon gesagt. Meiner Meinung nach. Denn Commander bringt Leute zusammen. Commander ist das Gathering, was wir halt haben. Aber nicht jeder möchte vier Stunden lang an einem selben Tisch sitzen und nur doof rumdümpeln. Und nicht jeder hat Lust, 100 Karten zu mischen an die Leute, die jetzt schon anfangen, spiel doch CDH, in die Kommentare zu schreiben. Sondern manche Leute wollen eben auch mit Deck-Restrictions, die nicht nur One-Offs sind, sondern eben auch aus bestimmten Sachen mit Vor-Offs und kleineren Decks und Sideboarding, was ja auch ein Riesenfaktor ist. Also ich kenne so wenig Leute, die mittlerweile gut Sideboarden können. Wir haben ja bei uns eine riesengroße Legacy-Community und die meisten Leute kommen zu mir und sagen, Blackie, erklär mir Sideboarding. Ich hab keine Ahnung vom Sideboarding. Weil die Leute es verlernt haben. Das ist ein so wichtiger Teil des Spiels, dass ich sage, das wird dafür sorgen, dass Standard oder auch andere Formate wie Pioneer, Modern oder auch Legacy bestehen bleiben werden. Trotzdem sind wir bei 99% Commander, meiner Meinung nach, random Zahl. Und ich glaube tatsächlich, dass wir da auch bei bleiben werden. Und es wird irgendwann so sein, dass Magic zu Commander wird. Und wie wir es aktuell haben, wenn wir von Magic reden und sagst, ja, 60-Karten-Decks ist unser. Wenn wir über Magic reden, denken wir an 60-Karten-Decks. Und es gibt aber so, so viele Leute, die das eben nicht tun, die halt, wenn ich mit denen über Magic rede, über 99 Karten plus Commander denken. Und ich glaube, das wird die Zukunft werden. Dass die Leute das als den Standard sehen und uns als 60-Karten-Constructed-Spieler, als die komischen Leute, die da hinten im Laden was anderes mit diesen wunderschönen Commander-Magic-Sachen machen. Was halt schade ist, weil wir sehen ja jetzt gerade mit Store-Championship, mit den Spotlight-Series, die wir im Podcast besprochen haben, dass halt wieder so ein gewisses Aufbäumen von Standard und auch von Constructed eben bringt. Also, dass das jetzt auch gerade gewünscht ist. Und deswegen glaube ich halt, dass Commander nicht das einzig Wahre ist. Also, zumindest für mich nicht. Weil ich glaube, Commander ist halt ganz nett, um Low-Maintenance-Magic zu haben. Im Sinne von, man kann sein Commander-Deck auch mal für zwei Monate nicht anrühren und hat trotzdem eine relativ gute Zeit an einem Commander-Tisch. Wohingegen halt Standard ist halt so dieses, da verbeißen sich Leute, da gehst du halt richtig rein. Das ist so das Mythic Raiden in World of Warcraft. Das sind halt da, wo halt die Skills auch wirklich gehont werden und wirklich geführt werden. Und ich gebe zu, dass halt Standard super lang auch von unserer Seite aus vielleicht ein bisschen belächelt wurde, weil, ne, wer spielt denn überhaupt noch Standard? Aber ich hoffe tatsächlich, dass Standard auch wiederkommt und dass es tatsächlich gute Gründe gibt, auch für uns noch mal zu sagen, hey, vielleicht, keine Ahnung, gibt's hier Spotlight in der Nähe, wo man hingehen möchte? Und dafür schiebt man mal ein Standard-Deck zusammen und guckt, wie weit man kommt. Weil das hat man ja auch früher quasi mit regionalen Turnieren halt ebenso gemacht. Und deswegen glaube ich schon, dass Standard wichtig ist für Magic. Das Commander ist auf jeden Fall ein großes Thema und es wird auch immer ein großes Thema bleiben. Aber ich glaube, es würde irgendwann dazu führen, dass das ganze Thema Magic einfach, ja, ein Großteil von Magic würde so platonen und einfach nicht große Relevanz haben. Weil Commander unter denselben Krankheiten leidet wie halt jedes Non-Rotating-Format und gerade wie jedes Eternal-Format, dass irgendwann hast du die stärkste Karte von einem Effekt gehabt und dann kannst du es halt nicht mehr toppen, außer du pusht die Boundaries immer weiter und weiter. Und das ist dann halt der Punkt, wo viele Leute wieder aussteigen und sagen, Commander ist mir zu Power-Creepy oder ich möchte nicht gegen Free Spells spielen oder ich möchte nicht gegen Stacks-Peace spielen oder sonstige Sachen. Universes Beyond spielen. Oder ich möchte nicht gegen Universes Beyond spielen. Und ich finde, da ist halt wichtig, um halt auch noch eben Turnier-Magic auch zu fördern. Und der Weg dahin muss meiner Meinung nach eben über Standard laufen, weil selbst Pioneer ist ja auch quasi ein Auffangbecken für Standard-Decks. Für eine gewisse Zeit. Das ist das, was Modern eben auch war. Bis halt irgendwann das zu groß wird. Und dann wird es ein neues Pioneer geben müssen. Ja, vermutlich in fünf oder so Jahren. Zehn Jahre hat es ja bisher immer ganz gut funktioniert. Also wir haben ja zehn Jahre, dann hatten wir zehn Jahre Modern, dann hatten wir zehn Jahre Pioneer. Wir schauen mal, wie es in zehn Jahren so aussieht. Aber genau, das soweit zu der Frage. Und vielleicht noch eine letzte Frage von Gabba. Aber meint ihr, dass es gut ist, dass Schwarz mittlerweile so viele, wenn auch häufig im Vergleich zu anderen Farben schlechte Enchantment-Removal hat? Also wahrscheinlich geht es darum, Feed the Swarm ist, glaube ich, das große Zwei-Mana-Removal. Es gibt so drei Mana-Sachen mit Sacrifice in Enchantment. Es gibt schon so leichte Sachen. Ich weiß nicht, ob es so viele sind. Aber sie sind immer mit immensen Downsides. Ist das was, was du beobachtest? Wir hatten jetzt auch gerade letzte Woche über Color Pie gesprochen. Ist das was, wo du sagst, wenn es zu gut wird, wird Schwarz auch zu stark? Ich weiß leider nicht, wie genau man das einschätzt. Weil Schwarz hatte immer schon ein paar Sachen drin. Ich finde es, ehrlich gesagt, ein bisschen weird, dass man sagt, das sind so viele. Also ja, man hat sowas wie Feast of Dreams, wo man Enchantment-Creatures zerstören kann oder so. Aber es gibt den Beholder, der sagt, jeder geht da, muss ein Enchantment opfern. Aber das ist ja auch kein richtiges Removal. Also es ist eigentlich fast nichts da, muss ich jetzt sagen. Also es ist wenig. Es gibt noch Early Winter aus dem Loomborough für Fünf-Mana, wo man es opfern kann. Aber ganz im Ernst, es ist nicht viel. Und ein bisschen was darf man haben. Und in Vogue Despair war halt gerade im Pioneer sehr viel gespielt. Aber es ist halt auch, was ist das, Fünf-Mana für, man muss es Sacrificen. Und es hat noch ganz viele andere Effekte obendrauf. Also Enchantment-Creatures ist, glaube ich, immer noch ein Problem für Schwarz, definitiv. Absolut. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass Schwarz da übermäßig bevorzugt wird. Sondern das, was wir auch letztes Mal im Video gesagt haben, jede Farbe bekommt irgendetwas, wo sie schlecht drin ist, was sie aber trotzdem können muss. Ja. Das ist halt der Punkt. Ich warte noch auf Rot-Live-Gain. Aber durch Commander und dadurch, dass es halt so den Color Pie halt durcheinander wirft, weil es sonst zu einseitig und lastig wäre, zum Beispiel auf Grün, müssen die anderen Farben eben auch was bekommen, um sie kompatibel zu machen. Die Karten sind nicht gut, die Karten sind nicht crazy broken. Sie sind halt da und man kann sie spielen, wenn man das wirklich möchte. Ja. Und dementsprechend sage ich halt, ganz im Ernst, nee. Also Schwarz wird da nicht bevorzugt. Schwarz ist da auch nicht die crazy starke Farbe, weil sie Enchantment removen kann. Ja. Sondern es ist halt eine der Farben. Man könnte halt auch genauso gut fragen, ist es fair, dass Blau alles bouncen kann? Also es gibt ja ... Weiß Karten zieht. Oder das Weiß Karten zieht, das ist halt immer so eine Sache. Ich weiß noch aber, dass als eine Kammen aus Theros Beyond Death, Farikas Liberation, das sind drei Mana Instant, Choose One aus zwei Modi, Target Opponent Sacrifice is a Creature oder Target Opponent Sacrifice is an Enchantment, dass damals war das so richtig krass in der Preview-Season, wo man sagt, okay, Schwarz Enchantment removal, das ist eigentlich so ein No-Go. Aber wie du schon sagst, ich glaube, die Karte hat maximal Sideboard-Play gesehen für eine gewisse Zeit. Feed the Swarm wird in Constructed gerade nicht viel gespielt. Also wenn dann halt so was wie Invoke Despair, was es quasi schon nebenbei aus Versehen mitmacht. Aber ja, es ist schon so, dass jede Farbe braucht in irgendeiner Form Antworten in der eigenen Art. Und Feed the Swarm ist, glaube ich, schon sehr nah daran, zu gut zu sein, weil es auch gleichzeitig noch Creature Removal ist. Aber auf der anderen Seite, ja, irgendwie muss man es halt lösen. Und Schwarz Identität ist halt so, wo man es halt lieben für Effekte. Deswegen zu stark, nein. Aber wenn es jetzt irgendwann wirklich einfach straight up Destroy Target Enchantment für zwei Mana oder so ist, dann würde man vielleicht wahrscheinlich sagen, okay, jetzt ist auch mal langsam gut. Aber ich glaube auch nicht, dass es das bringen würde, weil eine Schwäche braucht auch Schwarz und das ist halt momentan eben noch Enchantments. Aber das soweit zu euren Fragen im Ask Us Anything. Wenn ihr Fragen habt, die wir nächste Woche mal besprechen sollten, dann schreibt sie im Discord, im Radio Rafnika Discord, in den Thread Ask Us Anything. Und dann kommen wir dazu in zukünftigen Folgen. Und damit sind wir am Ende von Folge 258 angekommen. Und wenn ihr uns supporten möchtet, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne abonnieren auf YouTube oder dem Podcast folgen auf den Podcatchern eurer Wahl. Gerne liken, kommentieren und fünf Sterne vergeben auf Spotify zum Beispiel. Das hilft uns eben zu wachsen und gut dazustehen in der Online-Wahrnehmung. Dann haben wir natürlich Social Media. Wir haben Instagram, wir haben Threads, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und zu guter Letzt nochmal vielen Dank an Holy für das Sponsoring dieser Folge und der Hinweis, dass ihr bei weareholy.com slash Radio Rafnika vorbeischauen könnt und Geld sparen könnt bei eurem Einkauf von Holy Getränken mit den Codes Rafnika10 für 10% und Rafnika5 für 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Und natürlich nochmal einen weiteren besondereren Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer. Namentlich zu erwähnen ist da Asterix, Biker, X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Janweb, Siren, Sascha H., Simenem, Storm and Wolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und vielen Dank auch an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Rafnika. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit wahrscheinlich den ersten Previews aus Duskmon. ist es schon wieder soweit. Und was auch immer an der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann und ciao. Untertitelung des ZDF, 2020